ja ich will nämlich schon warum ich immer schaden krieg noch hast'n schaden sehe ich schon wie dieser wiser skelette wenn ich jetzt ganz richtig werde ich agro du kriegst nicht nur schaden du hast'n schaden jetzt bin ich wieder im kreis verlaufen ich hoffe ich bin ganz weit im kreis schon wieder zwei skelette hat schon wieder nix ich bekomme einen kopf von dir und bekommst 19 level das meere wie dumm sind eigentlich skelette warum springen die denn von der klippe runter manche dumm sind weil du trotzdem kann die ordentliche kai haben ding einfach mal richtig programmieren oder was er da meinte kam mir herzi plus weil gab es ja schon mal da auch irgendwie gesagt gehabt ja anstatt das mal zu machen das wird zu übernehmen gucken wie das geschrieben ist schon mal das ist deshalb und ich übernehmen hätte hätte wozu als gelandt als gelandt selbst gelandt naja schön abgeworfen ich hab immer noch nicht genug diamanten um eine komplette brustung zu machen für brauchst du denn brauchst achte für den brustkörper 7 15 15 plus 9 24 ich glaube ich werde nie den wiser besiegen das ist fakt fakt ist das ja schon wieder so ein steinschwert ja voll jolo hier ja voll jolo das füge ich voll jolo nicht swag jolo swag digger mensch digger mensch vor allem der mensch hat euch beleidigt ihr seid alle dead ja ich hab doch nix ich hab nix ja dann schaden hast du nein habe ich nicht ich glaube ich hole mir einfach ganz viele cobblestone und baue einfach so einen bunker neben meinem haus wo einfach immer ein monster spawn drin in der nacht du bist ein bunker und ich level habe das ist doch unerträglich hier inwieher sterbe ich mit 20 leveln um den dreh ja wunderbar ich bin kein nervöser oder ich überleb das einfach und hab die ganzen 2 stunden nur in der hölle vorwacht und nix bekommen da lang ne das war ja hoch da unten war nix mehr ja und das ich hab hier überall ausgeleuchtet ich weiß gar nicht mehr wo ich bin fuck jing sater nur an einer position ich fuck an hinsetzen nein ich weiß ja wo wo lang boah glück gehabt kohle also ich hab ich mir nicht nur ausgeleuchtet gehabt und richtig kohle mitgenommen jay kohle 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 du hast lange weile ja hier bin ich runtergefahren ach so cool jay das ist auch noch dunkel dann können wir da auch nochmal lang gucken ob da irgendwo kohle ist und schon wieder kein jay hier noch ein paar p jay da unten Sinn okay naja das macht doch kein spaß ne wieviel bin ich jetzt eigentlich ähm wieviel 17 ja 17 wow loafbug gehabt cool wir fast in lava reingelaufen level 30 jetzt hält es auf nach hause und nicht sterben so jetzt haben wir schon wieder eine stunde erreicht und jetzt labern wir schon weniger äh ich muss grad gucken ob ich schlank muss deswegen hab ich grad nichts gesagt jup du jup du jup du aber ich will mir gleich was zu essen ja ja das steht fest wir können ja auch gleich aufhören ja genau machen wir gleich eben kurzen kappen auf fünf minuten das wollen sie eben ne schnitte schmieren so am besten dass das genau beim ende der folge ist also für die vor die minuten ja dann schmieren wir uns beiden schmittchen und dann machen wir noch wenn meine festplatte sagt ja ja auch nicht ist auch kein problem nein wir müssen ja ein bisschen wieder im voraus kommen wir haben noch bis zum 22 ja und also jetzt haben wir nicht mehr bis zum 22 sondern noch länger ja das ist ja guck mal ostern ist jetzt sonntag können wir nicht aufnehmen samstag können wir nicht aufnehmen samstag können wir nicht aufnehmen vielleicht wenigstens nicht aufnehmen so dann kommt montag dann ist immer so ja du hast ein kater hast keine lust dann ist ja schon wieder 20 was ist da sonntag muss ich jetzt wieder arbeiten na guck mal mit zwei tagen und dann habe ich wieder wochenende jauh ey du meinst voll arzt mit und darum ob es jetzt doch ja weil sie komisch gesessen haben eben ey wenn es sein muss muss ich hier wirklich off-screen einfach die scheiß Skelette hier umboxen ständig das ist doch nicht wahr ja ja guck ich sitze die ganze Zeit hier in der Hölle fest ja das habe ich auch gehabt habe ich auch gehabt die ganze Zeit doch oh jetzt jetzt kommen wir wieder so ein scheiß das ist nicht wahr immer dieser Ollen gas gebt mir nicht auf den Zwerchfeld dahinten was soll ich jetzt mit level 30 verzaubern ich glaube nicht nur schärfe einzelne hyperkeit 1 auf 4 schwert durch ähm sag schon wo hab ich das so niedrig verzaubert hab mach doch ein stein schwert und dann machen die ja schwert resort ja dafür habe ich ihn nicht komplett soll ich mal dafür habe ich mir ein level noch fehlen ja da geht er immer noch kann es eben noch farmen gehen was da ein bisschen nacht ist ach ich höre es doch ich höre es doch jetzt drauf mit gut glück vielleicht also auf dem server hab ich immer verglückt ja toll haben sie bestimmt eingestellt get lucky oder so ne 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 schon wieder es gibt auch welche die ganz schön pech haben ja 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 ich hab auch zu Anfang gehabt, dass da immer dass da einer war, der mich gekillt hat und meine Dührrüstung behalten hat und angefangen hat zu grieven hat ich habe schon bescheid gesagt wird in oben reingefordert hat der gefängnis ob sie den gefängnis gemacht hingekillt und gebannt also was lächerlich und die leute griffen nämlich dass der glieder in der glieder füster vier verbrennung zwei und haltbarkeit drei ja und jetzt so neu machen können reicht das ist voll langweilig glieder fieser sind dagegen spinnen ja das ist jetzt was auf dem schwer drauf ist wie teuer ist das denn wenn ich will mal was gucken was geht eigentlich mal weg das ganz oben ist oder wenn man die drauf hat oder wie ist das was denn so ich wollte mir nicht darauf machen aber geht nicht trotzdem ist gut dass er verbrennung drauf ist naja aber nicht gegen höllenmonster ist verbrennung naja hält aber auch länger du dass man weg jetzt mal nicht mit ambos repariert ja naja mit ambos zusammen repariert oder was das gemacht hätte ich hab das habe ich nicht gemacht dafür bräuchte ich 19 level oder so na gut die genau wieder ich hab nur ein neues verzaubert das wird noch was gegen den ender drachen der ist nicht so schwer da musst du nur enderpearl sammeln wie oft kriegst du enderpearl? zwölf stück ja wie oft kriegst du die? weißt du das ist nicht das problem ich finde den wizard schwerer zu sammeln oder beziehungsweise fertig zu machen also du musst ins end zu kommen ne? ins end ist voll einfach finde ich eigentlich ja ich hab schon gesagt ich hab schon gesagt nicht mal gegen den ender drachen zu kämpfen ja das ist auch einfach du brauchst einen bogen und gute rüstung und das ist du tust ja nur sonst monster farmen aber der wizard du musst ja nur noch wizard sammeln ja das ist das was du nicht dann schaust ja was ich ja geschafft habe ja toll ich hätte ja auch schon wieder einen kopffinger gehabt wenn ich den einmal gestorben hätte ich vielleicht noch einen gehabt aber jetzt habe ich keinen lucky hier ja dann mache ich mich noch ein tösterchen und wenn danach das tösterchen gegessen haben dann machen wir noch ein bisschen weiter wenn die festplatte sagt ja ok wenn die festplatte ja dann machen wir und wenn die festplatte nein sagt dann machen wir nicht ich habe ja auch noch gold ok ich habe aufs anderthalb 6 gold dann kann ich noch ein bisschen 29 stück brennen die nacht mir echt geil mit dem texture pack machen wir jetzt mal kohleblöcke kohleblöcke sind doch geil ja ich weiß gar nicht ob das hier geht kohleblöcke in der meinung ja mit 1 7 da habe ich nie dran gedacht ja auch nicht ja mit 1 7 geht das nämlich schon ok ja kannst du auch mit 172 auf 179 das war auch komisch oder nee das ich glaube das hatte doch hatten die doch extra geändert also kannst du wenigstens die minimap und so drauf machen man trotzdem trotzdem drauf schauen ja ich habe das kohle sein getan welchen tanker hat er vorher ihre resistenz ist gut nochmal drei stück rein ähm beholt ich bin überhaupt da raus jetzt ein stück habe ich ein wir können nicht mehr machen jetzt habe ich dein klopptes klicken ja ich habe es gerade da kamen 3 3 blaze und einen wisser da muss ich durchziehen wie bekloppt da ja jetzt habe ich meinen den op gold apfel gemacht den ganz großen oder was einen konnte ich machen damit den großen ganz ganz großen oder was ja ok das ist der super op apfel ey ich weiß gar nicht was der genau macht ich will das auch nicht so testen ne das ist teuer voll dämlich wäre das und voll die verschwendung und jetzt habe ich mir nochmal 3 gold apfel so gemacht ne die klein ich weiß ja nicht wie lange das hält deswegen ja wenn die große wir hatten lange also zwei minuten absorbing ok wie nur ich will nicht wissen was der andere drauf hat noch nicht aber ich musste mich gerade vor den wizard verstecken ey ey das kann ich oben gleich in die toure tun dann kann ich mir noch ein paar mehr gold apfel machen später Alter fast zwei sechs knochen wieder und ich kriege jeden keinen kopf den dalen das dalen den gold apfel mit da rein ja ich halte noch einen das ist doch recht lächerlich da habe ich auch nochmal obsidien oh ja ne das ist gut einer der geilsten Lieder man Siedler ja ne mein Headset spakt da rum und dann kennst du das zu dir weil sonst wär mir das egal zwei minuten noch eine ja zwei minuten nicht schnell bestimmt wieder so komisch hüpf jump wir gucken wie weit meine pilze sind tschüss Skelett immer noch drei ja ich wohle auch ganz weit weg ja deswegen Pfeile habe ich auch nicht mehr geil 살 Kann ich doch auch nicht mehr verdammalu schon wieder level 25 gleich sterbe ich wieder was bringt eigentlich nicht weiß ich nicht was für ein power wenn überhaupt die was bringt krank sogar nicht essen ja leider wäre auch geil wenn die was bringen würde weiß nicht einfach so einen kleinen boost fünf sekunden so oder so so einen kleinen beef alter dann machst du die nur dann würdest du auch pigments klatschen ja ja kann ich ja gut leute dann werden wir jetzt mal die aufnahme für fünf minuten oder so oder wenn das seine platte mitmachen will ja ja gucken habe ich schon mal eben ausgelockt könnt ihr gleich der bau starten zu gucken und bis zum nächsten mal bei challenge und abonnieren nicht vergessen sehr kostenlos